Hallo, mein Name ist Claudia Schwind. Ich bin die Geschäftsführerin der HESCorp Partners GmbH in Deutschland und die Geschäftsführerin der HESCorp Partners AG in der Schweiz. Die HESCorp Frauen können die Gesellschaft und die Gesundheitspolitik dadurch verändern, dass sie die entsprechenden Impulse zur Modernisierung, Dynamisierung und Weiterentwicklung der Gesundheitswirtschaft auf allen Ebenen anstoßen und dadurch auch zu deren Weiterentwicklung beitragen. Die HESCorp Frauen stehen für mich für die Werte Zusammenhalt und gegenseitige Förderung der Mitgliederinnen und auch für die Führung von durchaus kontroversen Diskussionen, die den vielfältigen und divergenten Background der HESCorp Frauen widerspiegeln. Meine Vision für die Zukunft ist, dass die Gesundheit als wichtigstes Gut innerhalb der Gesellschaft wieder stärker in den Mittelpunkt rückt und dass künftig alle am Patienten-Journey beteiligten Stakeholder dynamischer und schneller agieren können und weniger in einem starren und trägenden System gebunden sind. Es lohnt sich bei HCF Mitglied zu sein, weil es nur hier so viel geballte Kompetenz und Wissen von Frauen in der Gesundheitswirtschaft gibt und wir ein richtig tolles Team sind, die etwas bewegen wollen.